Meine Damen und Herren, auch heute wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Gestatten Sie? Wir zeigen Ihnen heute einen Tanz, der von vielen Mittänzern gewünscht worden ist. Es handelt sich um den Vorläufer des Halligalli, doch zunächst wollen wir Ihnen diesen Tanz einmal zeigen. Gestatten Sie? Wir zeigen Ihnen nun den ersten Schritt. Links beginnen wir. Beide Partner schauen Sie, und zwar links, dann tap hinter und rechts tap ran. Und links tap hinter, rechts und ran. Wir zeigen es. Sie tanzen also beim zweiten und vierten Taktteil einen Tap. Und das wollen wir einmal mit Musik probieren. Bitte, Herr Banta. Die Fortsetzung des Grundschritts ist eine Art Twistbewegung, wobei man den linken Fuß vom Körper weg bewegt. Und zwar wird dieser Fuß mit der Ferse aufgesetzt und das Knie streckt sich. Schauen Sie, und. Und nun wollen wir diese Schrittteile zusammensetzen. Meine Damen und Herren, darf ich Sie auf die Tanzfläche bitten? Ich bitte, das einmal nachzutanzen. Achtung, und. Ich bitte, das einmal nachzutanzen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.